Hallo, Journal! Ja, oh... Heute hat Sarah in der Schule gesagt, dass ihr Großvater auch eine Schmerz hatte. Ja, zweiter Versuch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Words Beyond the Page. So, ihr Opa. Ja, das glaube ich auch nicht. Okay, schenke der Welt deiner Güte und du, na komm schon, erhältst sie dreifach zurück. Das ist richtig. Oh je, okay. Ah, das holen wir uns doch mal. Jede Menge Kuchen. Oh, das war der falsche Kuchen beziehungsweise das falsche Wort. Oh mein Gott! Sie ist eine Heldin. Ja, Weltfrieden ist schon ganz okay. Oh je. Genau, Katze erst mal weg. Haben wir alles? Nee, hier ist noch was. Ohne darum gebeten zu werden. Das ist doch super. Äh, die... Ich wollte gerade sagen, die kann ich nicht nehmen. Okay. Dad ist sad. Muss ich hier draufstehen bleiben? Doch anscheinend schon. Ja, es ist ein Wunder. Das wär's bei meiner Tochter auch. Ehrlich gesagt. Oh. Okay. Moment. Wir machen das mal ein bisschen cleverer, damit ich hier nicht abstürzen kann. Ja. Ja. Dann ist er so ein bisschen dummty-hier. Aber es macht Mom mich. Und wenn wir nach dem Hospital später... ...Gran was sitting in a chair. Und looking out the window. Sie war schreit! So all the things I've been doing Have been working I just have to do more Yes There was kale for tea Which is a kind of vegetable torture But I told myself That if I could eat all of it Then Gran would be even better tomorrow Also ganz ehrlich, dieses Opfer Hätte ich nicht auf mich genommen Bäh, Grünkohl Habe ich schlechte Erinnerungen dran Ähm Sollte man Hier vielleicht drunter stellen erstmal So Na komm, du schaffst das Mach mal lieber ein bisschen kürzer hier So Muss immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen das Falsche irgendwie hin und her bewege Halt, stopp Sammel das Ei noch, wenn du stirbst Ein warmes Bündel verdienter Anerkennung Ja Hello again, Journal I couldn't sleep I guess I felt a bit silly I mean Who cares if I eat my kale? Well, Dad Maybe Maybe But does any of this Really make a difference? It's just If there's a sliver of a chance It actually does I want to believe in it Sarah Sarah told me that When her grandad was sick She used to pray She used to pray I don't exactly know how that works But Best to hedge my bets Please 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 Make gran well Sarah Sarah's family Are pretty religious Not like mum and dad I don't know that much about religion actually I like the stories Especially the one about the ark And rescuing all the animals Yeah Yeah It's Exactly Oh 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 Ja, das war's. Ähm, okay. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich der Joghurt sein soll, den ich gerade hier wegräume. Wir sind in unseren Aktien. Wie wir helfen und lieben uns. Das ist mir gut. Also, was soll ich machen? Ich werde meine Geschichte in die nächste Zeit, wenn wir zum Krankenhaus gehen. Ich kann es ihnen lesen. Ich denke, dass sie das mag. Vielleicht, wenn ich einen wirklich guten Job mache, kann sie nach Hause kommen, für Ben's Geburtstag. Aber erstens, ich muss mit der Geschichte weitergehen. Die Flamige Kavien, Lump und Robin haben sich in eine Tenebrüche in eine Tenebrüche. Danke für's. Ähm, ja. Wieso kann ich hier nicht durch? Das ist doch scheiße. Melone, genau. Grünkohl, Stinkfrucht. Ähm, also Grünkohl hört sich ja auch schon eklig an. Melone, ja, aber wenn das ein düsterer Wald ist, dann sag ich mal Stinkfrucht. 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 streamed across their faces. Dann muss Lamp sich dran gewöhnen. Also Lumpi. The grey forest. Dark. Forboding. Robin didn't care. Home? You miss it? Yes. That's why I'm doing this. You miss home. You leave it. Hmm. You're curious. Okay. Ich dachte, da passiert noch was, weil das so blau war, aber... Er hat's anscheinend auf der anderen Seite kaputt gemacht. I had to. The dragons stole our fireflies. I promised I'd get them back. Oh nein! Oh nein! Äh, wenn ich das jetzt breche, woher komme ich da denn noch dran? Ach so, geht darum. Okay. Perfekt. Okay. So, Lumpi, weiter geht's. Ja, mach ich doch schon. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen... Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, das ist aber eine ganz unglückliche Position. Hallo? Hä, was war das jetzt? Okay, da muss ich hoch. Okay, also wir müssen erst mal runter. Ach, du sollst gehen, Mann. Eigentlich muss ich aufpassen, dass ich ja nicht irgendwie runterfalle. So, dann wieder reparieren. Was macht die immer? Lauf doch einfach mal weiter, anstatt immer runter zu gehen. Ist da oben noch was? Nein, ständig so. A pungent stench fills the air. Lump knows is that smell. What is it, Lump? Looks like some kind of fruit. A fruit? Yum, yum. Lump love fruit. Oh, that smells worse than Elder Ava's pickled tree slugs. Please, Lump, leave it alone. Soll ich da jetzt was machen? Soll ich da jetzt was machen? Soll es so aus, ne? Nicht? Ach, dann wieder dieses Ewige. Das bleibt da stehen. Aber das ist doch so komisch am Leuchten. Hm. Dann nicht. Dann gehen wein weiter. Keine Ahnung. Da können wir nicht wieder zurück. Umgestürzte Bäume. Splitterte Äxte. Ja. Wo muss ich denn? Ach so, klar. Das hinkt ja hier unten, ne? Oh oh. Oh oh. Schön wieder. Ach, der Baum. Okay, ich seh schon. Oh. Nee, das war nicht mein Plan. Das stimmt. I need you. Oh. Robin felt her resolve melt. Robin knew she wouldn't swap that little ball of fire okay dann denke ich mal haben wir einen neuen naja vielleicht auch nur für rüber gehen okay dich nehmen wir erstmal mit äh hallo dürfen wir ihn dann auch mal sehen also okay ähm ja ah ne scheint drin zu bleiben das ist cool irgendwann muss dem das doch mal auf den Sack gehen oder so hallo spring oh oh ich dachte schon wahrscheinlich habe ich jetzt oben irgendwie einen vergessen hallo da hinten ist die Frucht geh da hin hmm my head's spinning das ist das ist das ist Oh, danke! Okay! Es hat dich gehört! Was? Far above, the dragon circled and dove. Falling. Fast. Run! Uh... No! I... I... Her hope was shattered. I can't. It's okay, human. We find dragon again. Have another go, right? It's okay. Lump, help! But how? Most of the pieces are gone. I can't even fix it. Look! You get on this, okay? Das hatte ich vor. I... I don't even know where I'm going anymore. What am I doing? I'm such an idiot. What did I think I was going to do if I caught it? You tried though, human. That's important. Look! One of them's little glowy things you likes. Glühwärmchen. Is there a thing? You like things? You, right? Huh? That's strange. I can't hear the story here. Maybe there are some people around here after all. I... I don't even know where I'm going anymore. What am I doing? What am I doing? I'm such an idiot. Hätte ich da nicht wenigstens auf der rechten Seite stehen bleiben können? Hm. You tried though, human. That's important. A thing! You like things too, right? Huh? That's strange. So, jetzt werde ich aber nicht mehr unten rumlaufen. Außer aus Versehen. Ein bisschen, ja. Ja, wenn wir denn was in der Umgebung finden, kein Thema. Wo ist Lumpi hin? Lumpi, wo bist du? Oh, ich schätze, ich sollte hier gar nicht rumlaufen. Ich schätze, das war jetzt wirklich nur wegen dem Glühwürmchen. Die Frage ist jetzt, muss ich die jetzt wieder reparieren oder kann ich die schweben lassen? Ah, okay, perfekt. Ich sehe noch nichts mehr. Deswegen ist Lumpi auch nicht mitgekommen. Cleverer Lumpi. So, ich behaupte mal, dass es muss zerbrochen werden. Ah! This smells like the trees back home. But is it as good as fruits? Is it? Lumpi, is it? Where do you come from, Lump? Don't member. You don't remember anything? Lump just member anger. Then you, human. Okay. That should be enough. Okay. Here you go. Ancient energy stirred. Reaching into the place beyond. Oh, ha. Ah, it feels good to be back. Already? It's only been a few millennia. Is it not wonderful to see light again? To feel sun? I was just getting comfortable in the howling void. Who are you two? Oh, ancient ones. Thought you was a myth. Oh, no, no, my little friend. We are very real. No, we're not. You're imagining us. Go away now. Now we're here. What can we do to help you? Lump! They could help us get to the dragon. Hmm. But nothing is free in this market or in life. You must provide three offerings to the flame. Should we... Should we... If help human... If it make human happy... Lump, say, do it! Okay. Go away. Das muss ich jetzt hier machen, oder wie? Hello. So lovely to see you both. So... What is this place? The market of the lost and the forgotten. Things end up here that have been cast aside or are no longer useful. After a time, so were we. No one came here. No one sought us. I thought we would forget ourselves, but you brought us back. You said you could help. Yes. But to give, we must also receive. I don't have money. Then give a kindness. Okay. So you see it wonderful. Ich schätze mal, das ist sehr gut. Do you remember reading about you? I am ever humbled to be in your presence. How kind of you to say. Now I will return the favor. To get your wish, you must submit an offering of hope to the flames. Something dear to your heart. Elder Ava gave me this. The pendant gleamed with hopeful memories. I don't know if I should. It was the last thing that she gave me. A wise person once said that no one ever got anything just by wanting it. Okay. Okay. You're right. A crack and a spark and the pendant was gone in the flames. Okay. Undo? I said go away. Okay, bei denen kann ich nichts mehr, aber da kann ich auch nicht weitergehen. Äh, ja. You have to help me if I give you something. Look. My help. It's not the kind you need. It isn't? Why? I trade in oblivion. I feast on memories. Oh. But you can still help me. I must find the sacred fireflies and bring them back to my village. Hmm. Well, don't come complaining to me when there's a big dark hole in your head. What memory are you prepared to consign to the flames? I think I'm ready to do this. Okay. 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 extrem an. Das mit dem Wortbuch, denke ich mal, wäre eine heftige Erinnerung, die sie abgeben könnte. Aber ich werde mal die letzte Umarmung auswählen. Oh, was ist das? Wichtigste, das kann weitergehen. Das Erinnerung hat zu sein. Um, danke, ich glaube. Zwei Erinnerungen sind. Eine zu gehen, und sie werden mit dem den Dragen unter dem Wasser. Oh, was ist denn? Ich weiß nicht. Sie werden wieder Oh. Lumpy will dir auch etwas geben. Ich will nicht, dass du das machst, Lumpy. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, Lumpy. Bist du dir sicher, Lumpy? Ja, ich will eigentlich nicht, dass er es macht. Ich nehme einfach mal die Antwort. Es ist wichtig. Du hast eine Prozesse gefunden, um die Dragoon zu finden. Lumpf hilft. Ich glaube, das ist ein Goodbye. Goodbye für uns. Hallo für dich und Dragoon. Das ist irgendwie traurig. Ist der jetzt tot? Ja. Ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber sie hat es zu bemerken. its depths.